Leute, Achtung vor dieser Phishing-Mail, denn hier hat es wirklich in sich. Ja, aktuell kursiert eine neue Phishing-Mail der ersten Bank- und Sparkasse und in dieser Phishing-Mail wirst du darüber informiert, dass eine Abbuchung stattgefunden hat und wenn du diese Zahlung nicht getätigt hast, sollst du das Rückerstattungsverfahren einleiten. Klickst du auf den Link in der Mail, landest du auf einer Phishing-Seite, die genauso aussieht wie die Originalseite und du wirst dann gebeten, unter anderem deine Kreditkartenladen einzugeben. Und jetzt kommt das richtig Eklige, am Ende wirst du dazu aufgefordert, diese Zahlung über deine Sparkassen-App zu bestätigen. Und in deiner Sparkassen-App erscheint tatsächlich eine Freigabe in Höhe der Rückerstattung. Gibst du diese Zahlung allerdings frei, wirst du keine Rückerstattung halten, sondern das Geld wird überwiesen und du hast dann Kohle an die Betrüger gesendet. Deswegen Leute, wenn ihr so eine Mail bekommt, direkt löschen, auf keine Links klicken und teilt das Video und behandelt eure Freunde.